und weiter geht's in mein core story mode nächster part ja es ist wunderschön hier kommt hoch ich habe eine wunder von der neue welt entdeckt wow ein paradies ja sehr hell ist hier vor allem wo wir gerade aus dem dunklen kommen alle hier alle wieder da ach mann exe guck doch hin wo du hin trittst das ist kein holz das ist schon richtig richtig weil die joshis wohnen im wohnz oder was Ein kuscheliges Paradies. Nicht ein künstliches Paradies, sondern ein kuscheliges. Ja. Das ist ziemlich beeindruckend. Das muss man schon sagen. Eine Welt aus Wolle. Wehtun kann man da sich nicht so doll. Wolle ist weich. Ähm, wir sind wie den Soren hier. Ja, den müssen wir finden. Und der scheint hier zu sein. Ja, er hat eine wundervolle Welt erschaffen. Ein kleines Paradies. Größter Bauherr der Welt. Ah, das ist doch, ja. Ist das nicht nice? Ist doch toll. Was hat der? Ist ein Idiot. Nö, komm, ist er nicht. Er braucht nur einen Moment. Ich habe den vorhin vielleicht ein bisschen mies behandelt. Er braucht seinen Moment. Er ist kein Idiot. Hält er die Gruppe zusammen und finde einen Weg nach draußen. Ja, die Gruppe zusammenhalten. Das tue ich die ganze Zeit. Versuchen zumindest. Ach, Menno. Das ist eine schwere Aufgabe. Aber wie ist Soren hier herausgekommen? Das ist eine gute Frage. Eine Geheimtür. Genau. Ja, das muss es sein. Das suchen wir. Wie geht's dir? Das ist auch eine wichtige Frage. Ich habe da gesehen, dass er ein Stück gut ist. Ach, Mann. Du bist doch mein kleiner Krieger hier. Die ist das oberste Kindchen. Ja, warum solltet ihr das hier bauen? Immer dieselbe Antwort hier. Das Geheimnis, du Arsch. So, ja. Dann befragen wir mal die anderen. Reden wir mal mit den anderen. Mit Olivia und Exo. Ja, Moin. Kommt schon. Lasst mit euch reden. Nee, ich träg's euch nicht aus. Kommst du klar? Alles klar mit euch? Komm, wir schaffen das gemeinsam. Auch mit Lukas. Den Lukas, den kriegen wir auch noch zusammen. Den geht's gerade nicht gut, aber dem geht's auch irgendwann besser. Davon bin ich fest überzeugt. Knopf, wenn das keine Geheimtür ist. Okay, da drücke ich als letztes drauf. Ganz im Ernst. Das wird die Geheimtür sein. Olivia. Mit dir habe ich noch nicht geredet. Okay. Mit Echse und Olivia. Ah, okay. Hab ich also durchgemacht. Den Springbrunnen. Den müssen wir uns anschauen. Der ist aus Holz. Der ist nicht aus Wolle. Und das Wasser ist auch nicht aus Wolle. Hm. Joa. Was haben wir denn hier? Wildzombie. Okay. Schau mal einen an. Wieso baut man sich denn einen Zombie aus Wolle? Hm. Aha. Schön, schön. So mal mit dem Lucas reden. Tut mir leid, dass ich dir wehgetan habe. Dass ich dich nicht behandelt habe. Ruben. Mit dir muss ich reden, mein Lieber. Wie geht's dir, mein kleiner? Lucas. Ähm, na. Gabriel macht sich Sorgen um dich. Ich mach mir Sorgen um dich. Wie geht's dir? Ist alles okay? Ja, mit dem stimmt wirklich was nicht. Mit dir stimmt auch irgendwie was nicht. Ach, Mann. Manchmal muss man auch schweigen. Okay, something big. It's not fooling anybody. Ja. At least not me. Ich kann nichts sagen. Ähm. Ja, du willst dir was ein. Wie kannst du, äh, nein, wir können ihm nichts verraten. Wir haben geschworen, da nichts zu erzählen. Menno. Und vergießt es. Und gehe ich wieder. So ungefähr. Na komm, wir müssen mit dem reden. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, Lucas? Du hast doch irgendwas. Du musst dich irgendwann mal zusammenreißen. Wir sind ein Team, und wir müssen das hinkriegen. Ich als Chef sage dir, das muss dir irgendwie mal laufen. Die Mission. Ja, hm. Mist. Können wir nicht mit ihm reden. Können wir ihn nicht zur Vernunft bringen. Aber zur Vernunft kling, 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 ein bisschen schlimm. Gespräch. Oh, eine Wand. Schauen wir uns die Wand an. Eine hübsche Wand, hoffentlich. Lauschen. Ist doch da hinten. Eine Musik hinter der Wand. Und ein Stuhlknatschen vor der Wand. Drücken wir den Knopf. Keimt you. Ich komme. Nichts passiert. Oder was? Hm. Knopf. Knopf drücken. Ein sinnloser Knopf. Oder was? Hm. Da hat sich nichts getan. Jo. Hm. Hinweise, Hinweise. Ein Schalter. Den können wir vielleicht mal verwenden. Vielleicht hilft er uns weiter. Oh. Da passiert wirklich mal was. Gibt es doch noch weitere Schalter, oder? Das war doch noch nicht alles. Und dann können wir jetzt mal den Knopf drücken. Da passiert nicht viel. Hm. Wir müssen wohl erstmal die Wolke aktivieren. Hm. Schalterrätsel. Suchen wir mal weit nach Schaltern, oder was? Jo. Hm. Irgendwo sind hier also Schalter. Schalter die, Schalter da, Schalter du. Hm. Bei Gabriel ist da irgendwo ein Schalter. Ja, da ist ein Schalter. Schalter betätigen. Verwende es. Die Wolke. Sie wird immer voller. Und das scheint das Rätsel ist Lösung zu sein. Und den dritten Schalter, den finden wir auch noch. Der muss hier irgendwo bei Lucas versteckt sein. Wenn ich nicht komplett irre. Also. Na komm. Den finden wir doch. Und Zombie ist er nicht. Da ist ein Schalter. Warum habe ich den vorhin nicht gesehen? Als er bei Lucas zum ersten Mal war. Ich muss mal an den Schalter ran. Lucas. Ich muss da mal ran. Ähm. Lucas. Du versperrst den Weg zu einem Schalter. Ach. Du blockierst den Hebel. Wieso habe ich den beim ersten Gespräch nicht gesehen, wenn der noch so auffällig hinter ihm ist? Ein Schalter. Zack. Schalter Nummer 3 aktiviert die Wolke. Och. Der ist immer noch eine beleidigte Leberwurst hier. Ist irgendwie beleidigt, weil ich hier die Chefsrolle einnehme. Der muss das ja machen. Komm, Lucas. Lucas. Du musst mich auch mal was anleiten lassen. Ich bin hier ja schon mal länger der Chef und ja, verstehst. Ich wollte dir nicht wehtun. Oh. Eine Geheimtür. Was für ein Wunder. Na denn. Hindurch. Fluchtweg. Na ja. Wohl Geheimweg. In seinen geheimen Keller. Uiuiui. Geheimen Keller. Dann mal rein da. Ach. Mach dir keine Gedanken so gut. Gabriel. Gabriel. Wie gesagt, das wird schon. Ah. Pff. Wohl. Lass. Musst dich hier für nichts entschuldigen, Gabriel. Du hast mir immer geholfen. Und du nun wirklich nicht. Wir sehen, was wir finden können in dem Rest des Hauses. Hm. Sauron am Bett erwischt. Das ist wie Sauron jetzt nicht unbedingt das Beste. Hm. Einen Sprinkbrunnen. Den gucken wir uns an. Wir haben ihn vorhin auf der Treppe gesehen. Er wischen wir schon nicht im Bett. Hm. Hm. Was haben wir denn hier? Den Sitzbereich. Den gucken wir uns auch an. Gucken wir uns hier alles an. Aha. Der Sitzbereich. Eine Sitzecke. Eine bequeme Sitzecke. Zum Chillen. Joa. Noch ein Sprinkbrunnen. Dann machen wir weiter voran. Immer weiter rein. So, wir gehen da zurück. Hm. In der Sitzecke. Zwei Sitzeckern. Mehrere Sitzeckern. Hm. Aber was gibt es hier zu sehen? Viele, viele Sprinkbrunnen. Hm. Hm. Schaut bequem aus. Ja. Da kommen wir her, oder was? Ich habe einen Orientierungssinn. Wie eine Leberwurst. Keine Beleidigte, aber eine Leberwurst. Wie ein kleines Würstchen. Na dann, schauen wir mal dort zu Olivia. Was läuft mit der? Oh, da kommt Musik raus. Und dass man nicht Dusche isst. Hm. Lauscht da Musik? Da ist wer drin. Öffnen wir sie. Rein da. Na, was ist da? Einmal wegen gesturzt. Ui. Großer Raum. Symphonie in E. Soren ist nur in der Box. Eine Aufnahme. Krass. Eine kleine Spielereihe. Ja, das ist richtig. Irgendjemand muss die Aufnahme wie gestartet haben. Die Aufzeichnung. Wovon rede ich da? Ich lausche nur mal dem, was er sagt. Mhm. Mhm. Er wird sich verkleidern. Ja, das sind ein paar kleine Probleme. Das schaut nach Endermen aus. Ähm. Ja. Endermen. Ja. Das sind doch ein paar süße Dinge. Wenn sie nicht so aggressiv wären. Hm. Da habe ich doch was gesehen hier. Fenster, schauen wir mal durchs Fenster. Oh, Elemen. Der sieht uns doch. So nix sind wir drin. Wer hier fertig. Elemenanzug. Aha. Ein großes und ein kleines Dingens. Ein Enderman Suit. So nix auf der Hing. So, become an Enderman. Ok. Wollen wir die Enden probieren oder was? Ah ne, noch nicht anziehen. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Later, verwenden. Da gibt es noch was oben zu gucken. Hinauf. Oh, in der Bibliothek. Ganz oben. Im Dachgeschoss. Aha, aha, aha. Fenster. Schau mal was passiert. Die können mich durch das Dars nicht sehen. Ah, selbst sind wir hier drinnen auch sicher. Und könnten sich hier rein technopatieren. Wenn sie uns sehen würden, dann wären wir hier drinnen auch nicht mehr sicher. Aber dieses nilane Gas, das scheint uns zu retten. Wie wir hier gerade gesehen haben. Reagieren die auf uns. Und die scheint uns auch zu spüren. So. Hm. So. Haben wir ein paar Pflanzen. Ja, hübsche Pflanzen oder was. Ruben. Haben wir da hinten noch. Mit dem müssen wir sprechen. Mit dem müssen wir ein bisschen quatschen. Ruben. Wie geht es dir mal kleiner. Was ist los mit dir? Nee, er hat nichts gefunden. Nix nennenswertes. Eine Tür. Das Labor verlassen. Nein. Mach keinen Scheiß. Ja, Ruben hat recht. Ja, erstmal verkleiden, dann raus. Das ist sinnvoll. Da hat mich Ruben mal wieder geschützt. Ich wollte es ja noch ausprobieren. Hier haben wir noch Schallplatten. Aufzeichnung B. Entermau eines friedlichen Entermauern. Entermauern. Ja. Mhm. Was haben wir denn hier? Eine andere Aufzeichnung. Naratai. Mhm. 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 Boah, 27. Schatzig. Ich habe viele Aufzeichnungen. Und da das letzte. Was wir noch haben. Die Gerufen der Endermen. Da sind doch jetzt bestimmt Gerüchte drauf. Äh, 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 ähm. Hehehe. Hehehe. Er macht sie nach. Okay. Hehehe. Hehehe. Love Song. Der ist doch verrückt. Mhm. Dann ziehen wir uns mal als Enderman an. Verkleiden wir uns. Und gehen raus in die Gefahr. Ich bin mir immer nur nicht sicher, ob ich da wirklich raus will. Zu den Endermen. Süß sehen sie aus. Schon irgendwie. Aber, hm. Muss nicht. Unbedingt. Ja, das ist ein bisschen verrückt. Aber das macht die Besten aus. Sorin ist verrückt. Aber die Besten sind verrückt. Jetzt muss Robin so richtig zurückschrecken oder so. Nicht angucken. Hm. Mich für einen Enderman haltend. Das ist gut jetzt verlassen. Wartet aber. Und sie aus wie ein Baby Enderman. So klein wie ich bin. Schleichen vielleicht. Ist das eine gute Idee. Weht schatten in der Nacht. Hehehe. Zwei noch zu dir. Ja, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen nicht zu sterben. Immer. Sowieso immer. Und raus geht's. Oh wei. Und wir nehmen Ruben mit. Oh nein. Das ist doch ein Fehler. Wir dürfen Ruben auch nicht mitnehmen. Ruben bleibt hier. Nein Ruben. Ich bin ein Freund. Ich bin ein Enderman. Nein. Er ist der Schwein in Ruhe. Oh. Er hält mich wirklich für einen Freund. Nice. Cool. Haben wir das überlebt oder was? Hm. Hallo Freunde. Ich bin ein Enderman. Ich bin ein Enderman. Wunk. Endermännigkeit hier. Hm. Ein Feld verwendet. Oder was? Ein Baufeld. Nicht ein Baukasten. Ein Baufeld. Hm. Was sollen wir denn da bauen? Haben wir denn irgendwas zum bauen? Was wir da verwenden können? Nicht wirklich oder? Hm. Finden wir mal heraus. Was wir hier verwenden können. Hm. Ein leuchtender Stein. Okay. Du. Du hast etwas was ich da verwenden könnte. Enderman. Hm. 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 Ich will ihm ja auch nicht seinen Block wegnehmen. Hm. Können wir das Leuchtende nicht hier verwenden? Seltsam. Womit können wir denn da bauen? Ja. Ähm. Gut. Gut gut. Auch nicht gut. Hier ist relativ wenig los. Wir können nichts betätigen. Ich muss mal wieder zurück gehen. Ja. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Und wieder rein. Wir tun weiter. Drinnen wieder Hindernisse. Äh. Nicht Hindernisse. Äh. Nicht Hindernisse. Äh. Ach Mensch. Hm. Da scheint. Etwas zu sein. Wie da draußen das Ding. Hm. Eine Truhe. Die habe ich auch vorher nicht gesehen. Ist bestimmt was sinnvolles drin. Oh. Eine Anleitung. Ein Bauplan. Eine Anleitung. Ein Bauplan. Da haben wir ja draußen den Bau. Ich habe es gesehen. Da haben wir bestimmt Bilder dafür. Okay. So. Tornblakken. Sextromblakken. Hmm. Und es gibt ein Spauk superhero aus der Hand. Da muss er sein Experiment aiming. Natürlich. Ich habe ihn mit ihm zu verdienen vor der Route. Getschgericht auf dem Weg zur Breton. Und wenn wir wollen in Sorin. Ja. Nochmal gehen wir hin. Danneng. Wo krieg ich jetzt Turmblöcke her? Turmblöcke! Kunst, Kunst, Kunst! Da ist schonmal ein Turmblöck. Kann man den mitnehmen. Nummer 1. Da ist Nummer 2. Da finden wir bestimmt hier irgendwo 6 Turmblöcke. Dann können wir damit nach draußen. Und das bauen. Nach Anleitung. Da oben war bestimmt auch noch einer drinnen. Ein Turmblöck. Passt ja zum Endermen-Suit. Wenn hier irgendwo im Blick rumstehen. Ja da steht noch einer. Turmblöck. Packen und mitnehmen. Einpacken sozusagen. 3 haben wir. Da fehlen uns nur 3. Da haben wir die Hälfte schon. Na dann. Wieder runter und weiter nach Turmblöcken suchen. Joa. Das ist doch was. Das klingt doch nach einem Plan. So. Suche nach Tonblöcken. Hat jemand einen Tonblock gesehen? Hm. Bist du ein Tonblock. Du siehst aus wie ein Tonblock. Können wir dich nehmen. Das ist ein Tonblock. Das ist doch definitiv ein Tonblock. Der Tonblock. Der Tonblock. Nehmen wir uns. Nummer 4. Da waren es nur 2. Die finden wir auch noch irgendwo versteckt. An Olivia nochmal vorbeigehen. An Olivia vorbeigehen. An Olivia vorbeigehen sagte ich. Ach Mensch. Diese Steuerung. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich versauß. Trotzdem. Tonblock. Da ist noch ein Tonblock. Den krallen wir uns. Da war es nur noch einer. Einer ist noch hier irgendwo versteckt. Der letzte Block. Oh. Ne. Hier muss noch irgendwo einer sein. Ich habe erst 5. Oben. Olivia. Hier ist noch irgendwo ein Tonblock. Ein Tonblock. Ein Tonblock. Ein Tonblock. Hier ist noch irgendwo ein Tonblock. Ein Tonblock. Ein Tonblock. Ein Tonblock. 5 haben wir. 6 brauchen wir. Wie es ausschaut. Ein Ofen. Hmm. Tonblock. Tonblock. Piep einmal. Hier ist ein Block. Der Ton abspielt. Der Töne abspielt. Aber ein Tonblock. Der Art. Die wir suchen. Ist das nicht. Hm. 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 Womöglich. Ist da oben noch irgendwas. Was ich übersehen habe. Ist da draußen noch etwas. Verlassen wir das ohne letzten Tonblock. Hm. Tonblock. 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 Dann greifen wir ihm seinen Tonblock ab. Das ist zwar sehr blöd. Aber. Das ist glaube ich unsere letzte Lösung. Block abnehmen. Das wird tödlich. Aber. Komm. Wir machen es. Block hier. Na komm. Rupf. Ich weiß das ist dein Block. Aber. Ähm. Ähm. Okay. Ganz langsam. Mein Block. Oh oh. Irgendwie fällt das gar nicht. Oh oh. Schnell weg hier. Dann wurde beklaut. Scheint der liebe kleine Enderman gar nicht zu mögen. Zu verwenden. Bevor hier was wird. Okay. Da brauchen wir einen Tonblock. Da 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 da. Und da. Ähm. Turmblock aktivieren. Ähm. Nicht weggehen. So. Wie nehme ich die denn. Hätte ich gern Tonblocks. Da muss einer hin. Ja. Hast recht. Fünf sind auch übrig. Dann platzierst du mal fünf Blöcke hin. Platzieren. Zack. Und jetzt sagst du nicht nach jedem Block. Dass noch so viel und so viele übrig sind. Da oben muss einer hin. Zack. Und da muss noch zwei hin. Zack. Und da muss der letzte hin. Zack. Da haben wir das Muster gebildet. Oh oh. Das Freundchen. Das ist wütend geworden. Oh oh. Wie kriegen ich das mit den Enderman. Tut mir leid. Ich brauchte das. Kannst du gerne später. Oh oh. Ich. 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 Ich wollte die nicht reinlegen. Du? Ja, okay, kannst du uns trotzdem helfen, ich brauche Hilfe, mein Inder, ein Widersturm, das ist vielleicht unser letzter Hilfe, hilf uns die Welt zu retten, wie, die Formidabomb, genau so, es ist ein Widersturm auf der Lüse und es hat den Welt, ah, ich sehe, du misspricht, du brauchst mich nicht, du brauchst meine Sachen, ich habe gefunden, dass wenn du, was du willst, sie auf dich schreien, sie werden schrecklich, auch, ich muss ein Eero sein, ich hab einen Schreien, ja, ich hab einen Wurm, Hey, Edgar ist mein Schwein, äh, Ruben. Ich palute hier noch. Ich werde zu einem Paluten. Wenn ich meintriftschule werde ich zu Paluten. Ich muss einen Sneakers essen, damit es mir besser geht. Gabriel ist dein Freund. Den haben wir bei uns. Genug gute Sachen. Ähm, sie vermissen dich. Ja, genau so. Ja, sie sagst, wann ich sollte meinen das. Ähm, na klar, na klar, na klar. Ja, die brauchen dich, die vermissen dich. Die brauchen dich zurück in ihrem Team. Ja, Freunde. Oh, nein. Ah, okay. Oh, was passiert hier? Ah, mhm. Alles klar, Digga. Schon wieder ein Überlinge-Part. Ja, ich hab grad gemerkt, wir haben schon überzogen. Darf ich nach oben so als euch gefallen haben? Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Man sieht sich. Haut da ranne. Ciao, ciao. War Zeit, dass wir Schluss machen. Am nächsten Mal geht's weiter. Haut da ranne. Bis dann, ja. Bis dann, ja. Bis dann, ja. Bis dann, ja. Macha nach hinten. Ich vermsccont Territory. Und hier, ja. Ich hoffe.